Garage Banschera in Langwiesen. Qualität ist unser Antrieb. Wir sind Ihre offizielle SEAD-Vertretung mit vielen Dienstleistungen. Seit über 30 Jahren erfüllen wir hohe Ansprüche und vielseitige Wünsche rund ums Auto. Inhaber Moreno Banschera und sein Team beraten Sie kompetent, sympathisch und effizient und zeigen Ihnen gerne die neuesten Modelle. Bei uns finden Sie auch immer Vorführwagen. Viele Okkasionen aller Marken und amerikanische Klassiker. Die Werkstatt ist das Herzstück unseres Betriebes. Sie ist technisch auf dem neuesten Stand für Reparaturen, Service, Spenglerarbeiten, Motorentuning, Abgasetest und Lenkgeometrie. Wir haben Originalteile und Zubehör, Radio, Natel und Navigation sowie Reifen- und Bootsmotoren. Wir beraten Sie gerne bei der Finanzierung und wir kaufen Ihr altes Auto. Bis bald! Garage Banschera in Langwiesen. Qualität ist unser Antrieb.